Mit unserer Technik werden Autos gebaut und zusammengeklebt. Die Technik von Eismann Intec hält ihr Auto zusammen. Wir bauen die Maschinen, mit denen der Klebstoff auf die Automobilteile aufgetragen wird. Aus Sicht des Ausbilderteams und auch des ganzen Unternehmens ist es wichtig, dass wir die Auszubildenden bestmöglich ausbilden, damit wir sie nachher als Fachkräfte im Unternehmen in allen Abteilungen einsetzen können. Besonders viel Spaß machen mir die abwechslungsreichen und spannenden Aufgaben, die jeden Tag anders sind. Unsere Kunden sind dabei alle internationalen Automobilhersteller. Wir sind ein global agierendes Unternehmen. Von China über Indien, über Europa bis nach USA und Mexiko liefern wir unsere Technik. Als stark wachsendes Unternehmen sind wir dabei immer auf der Suche nach qualifizierten, hochmotivierten Mitarbeitern in vielen verschiedenen Bereichen. Als Azubi hat man hier einen praxisorientierten Arbeitsalltag. Ich denke, die Firma hat eine sehr gute Zukunft. Wir wachsen sehr schnell.